Hallo liebe SGV-Fans, ich bin Ruben Reisig, bin 26 Jahre alt und spiele defensiv im Mittelfeld oder Innenverteidiger. Mein Name ist Liremoja, ich bin 20 Jahre alt und spiele auf der Position als Stürmer. Ihr habt ja viel mit dem Fußball zu tun, was sind die wichtigsten Dinge im Leben? Familie ganz klar, dass du deinen Werten auf jeden Fall treu bleibst. Und halt ein enger Kreis. Ja, also für mich auch an erster Stelle natürlich die Familie. Dann natürlich auch, dass man allgemein im Leben auch diszipliniert ist und seinen Weg folgt einfach. Eure Hobbys neben dem Fußball noch? Ja, meine Hobbys sind eigentlich viel Zeit mit der Familie verbringen. Und ja, ansonsten andere Sportarten ausüben, wie zum Beispiel Basketball. Musik hören, mit Freunden chillen. Welche Fremdsprachen sprecht ihr? Nur Englisch, ja. Ja, ich spreche noch Albanisch und Englisch ein bisschen und ein bisschen Französisch. Musik 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 Musik